Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Joshua Vesili und wir reden heute über die christliche Sicht der Marsbevölkerung. Also sollten wir den Mars besiedeln? Sollten wir dahin reisen? Hat uns Gott eigentlich nicht nur die Welt gegeben? Steht in der Bibel, wir sollen darauf aufpassen? Oder steht in der Bibel auch, wir sollen auf das ganze Universum aufpassen? Das werden wir heute klären. Schon 1950 kam ein Film raus, der über die Marsbevölkerung ging. Das war früher alles Science-Fiction, aber heutzutage mit Elon Musk und anderen stehen wir näher an der tatsächlichen Marsbevölkerung als jemals zuvor. Und weil der Mars einer der nächsten benachbarten Planeten der Erde ist, ist er bestmöglich dafür geeignet, um die Menschen vielleicht irgendwann mal dort hinzubringen. Die Temperatur und die Sonnenbelichtung auf der Marsoberfläche sind näher an den Bedingungen der Erde als an jedem anderen Höhen Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Mit einem reduzierten Luftdruck und einer Atmosphäre von 0,1% Sauerstoff würde das meiste menschliche Leben jedoch nicht ohne komplexe Lebenserhaltungssysteme auskommen. Jetzt kennt ihr all die Daten und jetzt steigen wir ein. Was sagt die Bibel dazu? Sollten wir Christen davon Angst haben? Christen brauchen keine Angst vor der Marsbesiedlung zu haben. Die Besiedelung des Marses nicht gleichbedeutend mit der Aufgabe der Erde oder der Welt, die Gott uns gegeben hat. Die Bibel sagt uns, dass alles in Gottes Schöpfung, also Galaxien, Sterne, Planeten, Menschen, Pflanzen, Tiere, alles zur Ehre Gottes erschaffen wurde. Psalm 8,3 und Jesaja 43,7. Es ist nicht verboten, unsere Welt zu erforschen, also können wir davon ausgehen, dass dasselbe für andere Planeten gilt. Geistlich gesprochen könnte die Menschheit Gott auf dem Mars genauso effektiv verherrlichen wie auf der Erde. Gott ist allgegenwärtig und er ist auf dem Mars genauso präsent wie auf der Erde. In der Bibel steht, der Leib des Gläubigen ist ein Tempel des Heiligen Geistes, egal wo er hingeht. 1. Korinther 3,16 und Psalm 148,1-14. Die Gläubigen, die in Zukunft auf dem Mars leben, vielleicht, müssen nicht befürchten, dass sie während der Entrückung in der Endzeit zurückgelassen werden. Wir haben ein Video zur Offenbarung gemacht, klick hier oben, wenn dich das mehr interessiert. Also die Christen müssen nicht Angst haben, dass sie auf dem Mars zurückgelassen werden und nur die Menschen auf der Erde entrückt werden. Weil Gott nicht durch die Grenzen der Erdatmosphäre begrenzt ist, steht im Psalm 139,7-12. Heißt, geistlich gesehen, wir dürfen auf den Mars. Was bedeutet das politisch? Politisch gesehen ist eins der Anliegen bei der Marsbesiedlung das Zivil- und Kulturgesetz. 1976 schufen die Vereinten Nationen den Vertrag über die Grundsätze für die Tätigkeit von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper. Dieser Vertrag schreibt vor, dass kein Land Anspruch auf den Weltraum oder seine Bewohner haben darf. Steht da so drin auch nicht auf die Bewohner. Also die Aliens. Da die Besiedlung des Marses solche gefährlichen und herausfordernden Hindernisse für das menschliche Leben darstellen würde, wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaftsgesetze auf dem roten Planeten wahrscheinlich ganz anders aussehen als die auf der Erde. Also wenn die Marsbesiedlung verwirklicht wird, sollten wir Christen in wirtschaftlichen und politischen Gemeinschaften wachsam sein und dazu beitragen, dass moralische, humane Gesetze und Praktiken für die neue Zivilisation etabliert werden. Ich weiß nicht, ob ich also noch die Marsbesiedlung mitbekomme. Vielleicht das YouTube-Video, aber das verzweifle ich auch. Auf jeden Fall sollten wir Christen darauf aufpassen, dass wenn diese neue Welt gebaut wird und neue Religionen dort eingeführt werden, dass das unsere christlichen Werte sind. Also zusammenfassend zu sagen ist, dass die Christen sollten keine Angst vor der Marsbesiedlung haben. Dort können wir Jesus genauso erleben wie hier auf der Erde. Ihr werdet nicht zurückgelassen, wenn die Entrückung kommt. Wir können dort Gott genauso anbeten wie hier auf der Erde. Wir müssen einfach nur schauen, dass wenn diese Besiedlung stattfindet, wir unsere christlichen Werte da richtig durchdrücken. Oder liberal gesagt, wir stärken die Regierung und unseren christlichen Werten. Schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Du darfst uns gerne abonnieren, dann kriegst du weitere Videos zu so coolen Themen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis auf den Mars.